So, willkommen zurück zu Conjuring House, in das verdammte Irrenhaus hier. So, auf jeden Fall brauchen wir Batterien. Wir brauchen einen Kamin. Und ich finde, hier hat sich eigentlich auch geändert. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da ein Panik rum... Nicht, was ich jetzt so wüsste. Ne, warte mal, hier ist falsch. Mann, ich sehe wieder richtig viel. Das ist... geil. So, jetzt erstmal gucken, wo sind wir hergekommen. Wir sind von hier gekommen, ne? So. Zeig doch, hier ist dann... ...alles zu. Hier haben wir eine Batterie. Offladen. Doch, doch, hier ändert sich ein jetzt. Mir kommt jetzt so vor, sobald wir irgendwie einen Schlüssel haben... ...dass sich hier einigend ändert. Da musst du einen richtig krassen Überblick hier behalten. Sonst hast du hier, in dem Spiel... ...das ist der echt verloren, ey. So, wir werden mal unten probieren. Wir werden jetzt hier mal jede Tür abschicken. Na, und die alte geht mir auch typisch auf den Sack. So, ich... ...wir haben einen Schlüssel. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. ...äähm... ...welche Tür wir damit öffnen können. Das ist ja auch so eine Sache. Da müssen wir echt alles abklappern. Ich wüsste, dass oben noch was war. Ähm... ...ja, wir müssen so viele Schlüsse suchen. So, dies zu. Ähm... Mann, warum ist die Scheiße zu, ey? Wollang, äh, da... ...welche... Weil ich glaube nicht, dass hier noch... ...irgendwas war. Das muss... ...da hinten sein, wo wir vorhin waren. Ja, und keine Batterien, ey. Mann, ey. Das haben die so beschissen gemacht... ...mit die Scheißbatterien, ey. Du siehst gar nichts, Alter. Du siehst einfach gar nichts, ey. Wenn du keine Batterien hast, ey, bist du echt aufgeschmissen hier. Aber hier kann ich mir... ...ne, wir sind hier auch... ...vermute, dass wir hier falsch sind, ey. Das würde hier nicht sein. Und was wir hier für Schlüssel brauchen, hier, ey. Das ist ja unnormal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Schlüssel. So, da können wir abspeichern. So, da ist auch nix. Hi, Juja, ey. Man verliert extrem... ...den Überblick. Das ist, das ist hier nicht. Ey, ich vermute, das ist hier nicht. Da können wir lange suchen. Ah, andere Seite. Super. Du hast doch keine Karte. Du hast nix. Ey, du rennst hier voll... ...blind durch die Gegend, ey. Du weißt nicht, wohin. Ich muss einen Weg finden, um es zu kümmern. Was ist denn da, ähm... ...müssen doch damit... ...irgendwas durchschneiden. Bolzen, Schneider, irgendwann... ...irgendwo Witzen hier suchen, ey. Erstmal hab ich keine Batterien. Ich seh so gut wie gar nix. Das ist echt schlecht. Weil... ...man sieht da nix, ey. Na, auch zu, ey. Warum? Alles zu, alles ist hier. Alles ist hier verrammelt. So, warum komm ich hier nicht durch, ey. Ätzend, wenn man hier auch nicht sieht. Du findest keine Batterien. Du weißt erstmal nicht, wo lang. Boah, ey. Das ist der Klassiker mit die Batterien, ey. Ja. Hier bist du mehr am Abspeichern, als weiterkommen. So, was war hier auch zu? Ey, Mann. Das ist da echt zum Kotzen. Ja. Ich bin total aufgeschmissen, ohne Batterien. Weil man einfach nix sieht, ey. Boah, ey. Ätzend, ey. Mann, ey. Diese scheiß Batterie, ey. Der trägt mich total auf, ey, gerade, ey. Hier rennst du nur im Kreis, weil man nicht weiß, wo lang. Man weiß einfach nicht, wo lang. Du rennst hier nur blind durch die Gegend. Ich weiß auch nicht, wo lang, Alter. Oh, Mann, ey. Diese scheiß Batterien, Alter. Das ist total sinnlos, ey. Wenn man hier nicht sieht. Taschenlampe, hallo. Wer kommt denn auf so eine Idee, ey? Das da wegzuschieben und hier durchzugrauchen. Darauf kommt doch kein Mensch, Alter. Ach, diese scheiß Batterien, Alter. Mann. Hier liegt auch nix. Gar nix, ey. Nix. Hier liegt einfach nix, ey. Soll der Scheiß, ey. Mann, hier ist alles verschlossen, ey. Hier müssen doch irgendwo Batterien rumliegen. Da kommt's hier einfach nix weiter, ey. Und die alte geht mir auch tierisch auf den Sack, ey. Alter, renn noch mal. Wie soll man hier weiterkommen, wenn du nur am Rennen bist, ey? Da kannst du wegrennen. Da kannst du wegrennen. Abspeichern. Das ist ja unnormal, ey. Kann ja sein, dass hier nix ist, ey. Das ist ein Unding, ey, dass hier nix ist, ey. Hier kann ich auch nix machen. Ey, was soll der Schwachsinn, Alter. Willkommen sie nicht weiter, ey. Ich hab bis jetzt eine Tür geöffnet, ey, wow. Mal von der anderen Seite. Ich bin hier auch schon alles durch. In den Keller können wir auch nicht rein. Boah, ich weiß nicht, wo ich suchen soll, ey. Keine Batterien, du weißt nicht, wo lang, rennst hier wie ein Öhrer durch ein Haus. Batterie, Mangelware. Totale Mistscheiße. Ich bin hier einfach blind durch die Gegend, Alter. Ich bin hier einfach blind. Jetzt soll ich auch noch einen Hammer suchen. Einen Hammer. Mit ohne Licht. Nice. Und wo finde ich einen Hammer? Ich brauche keinen Hammer. Ich brauche eine verdammte Batterie. Und ganz viele davon. Weil einen Hammer kann nicht geschwimmen, wenn ich nichts sehe. Das ist einfach mal Tatsache. Hier liegt auch nichts, ey. Mann, das ist so belastend gerade, ne? Das ist so extrem belastend. Finde Schlüssel, Finde, Hammer, Finde, Hockzorf. Was hat denn noch alles? Es gibt nicht mal Batterien, Alter. Und ich soll hier tausend Gegenstände suchen, oder was? Das ist Hammer. Das ist Hammer. Wirklich. Ach, nee, ey. Haben wir uns ja ein Superspiel ausgesucht, ey. eine Hammer. Und da haben wir uns ja... Das ist immer... Herrb Da. So eine Scheiße hier, ey. Man weiß nicht, wo man suchen soll, weil es einfach zu groß ist. Zu groß, du findest kaum was und ich hab keine fucking Batterie, ey. Weil man hier auch nur im Kreis rennt. Super, eine Batterie, ey, das bringt uns gar nichts, ey. Super, ey. Wenn die Taschlampe wenigstens ohne Ende licht, hätte ich ja nicht dagegen, aber dass man hier suchen muss, wie ein bescheuerter nach Scheißbatterien, ey. Okay. 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 Okay... Ich würde... Ich würde... Ich würde das nicht einmal hören. Wir haben den Code nicht. Oh Gott, ey. Finde ich sehr verwirrend, ey, weil es ist... Ey, es ist einfach zu groß, ey. Aber wenigstens kommen wir wenigstens auch ein bisschen voran. Von der anderen Seite verschlossen. Oh Gott. Äh, äh, ja, okay. Mann, ey, das Spiel muss ich ganz cool bleiben, ey Dann pack ich das hier nicht, ey Weil Ihr muss sich ja dermaßen konzentrieren, ey Wo lang, ey Oh, und das macht die Batterie Ohna schlapp, ey Ey, Batterie, komm, mach jetzt keinen Scheiß Ich brauche Licht, Alter Ey, was soll dieser Scheißmann, Alter Ich brauche Licht, Alter Ich seh nix, Alter Mann Ey, ey, ey Was soll der Scheiß, ey Hier liegt nicht mal ne Batterie, Mann Ich verliere komplett den Überblick, ey Weil ich nix sehe, Mann Ey, da Ich weiß nicht, wo ich bin, ey Ich seh nix, Mann Was soll diese Pisse, Alter Oh, ich dreh gleich durch, Alter Meine Frisse, Alter Ah, verpiss dich, du Scheiß Scheiß, Rache, Alter Ja, mach dich gut, Alter Und ich seh gar nix, Alter Ja, weil ich nix sehe, ey Weil ich nix sehe Super Da rennst du ohne Licht durch, ey So ein Schwachsinn Super Geil Können wir nochmal die ganze Scheiße rennen Ich würde sagen Wir machen hier erstmal Stopp Und machen in der nächsten Runde weiter Also bis dann Ich würde sagen, wer auch immer die ganze Unternehmen Wir machen hier Ja, ich würde sagen, wer geht